liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu diesem video die razercrest wird zum the mandalorian bounty hunter transport zumindest wird das set jetzt im us amerikanischen lego shop unter diesem namen aufgeführt bereits anfang august waren ohne angabe von gründen alle vorbestellungen des sets bei amazon storniert worden das set erscheint ja am ersten september exklusiv dort bei amazon und auch bei lego wie die kollegen von stoner aus herausgefunden haben könnte der grund dafür gewesen sein dass sich der betreiber des shops mod briggs den begriff razercrest als wortmarke im gesamten europäischen binnenraum hat eintragen lassen um selbst ein mehr oder minder gelungenes mock zum raumschiff zu vertreiben die umbenennung des sets ist nun also die antwort seitens lego darauf langfristig gesehen wird die wortmarke aber wohl wieder in den besitz von lucasfilm bzw dann disney wandern eine entsprechende anmeldung dazu ist auch schon bereits erfolgt meiner einschätzung nach ist lego auch hier nicht vor diesem robin hood für arme eingebrochen sondern hat mit der namensänderung das einzig richtige das einzig mögliche getan um rechtlich auf der sicheren seite zu sein um den marktstart des sets am ersten september dann noch zu gewährleisten abzuwarten bleibt hier wie man mit dem karton verfährt auf der shopseite sieht man nämlich noch nicht das neue verpackungs design mit dem neuen namen dass man alle kartons neu druckt halte ich für unwahrscheinlich zumindest jetzt bei dieser ersten auflage vielmehr könnte es sein dass man den namen einfach mit einem sticker überklebt das passierte zuletzt auch in den usa schon da man aufgrund der lieferschwierigkeiten hier europäische boxen vertreiben musste und der große unterschied ist ja dass in den usa die teileanzahl draufstehen muss in europa nicht und deswegen hat man sich dazu entschieden einfach auf die europäischen boxen ein sticker zu kleben wo dann auch die teileanzahl drauf stand das könnte man jetzt hier zum beispiel bei der razer crest ebenso machen schreibt mir gerne eure meinung zu dem chaos zur razer crest beziehungsweise jetzt ja the mandalorian bounty hunter transport als kommentar unter das video würde mich sehr interessieren was ihr davon haltet wenn ihr keine news mehr verpassen wollt abonniert gerne den kanal folgt dem promobricks telegram newsletter und auch unseren instagram konten all das ist wie immer unten in der video beschreibung verlinkt jetzt bedanke ich mir jetzt mal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss es sogar beim nächsten mal wiederknut устить